Ich erwarte nicht, dass wir den gleichen Aufwand betreiben, aber ich erwarte das gleiche Team. Wir werden die gleiche Elf auf den Platz schicken. Das ist wichtig, denn so wie wir gegen Tottenham gespielt haben, besonders in der zweiten Hälfte, so muss das Team immer auftreten. Vielleicht werden wir nicht immer sechs oder sieben Tore schießen, aber das ist nicht entscheidend. Viel wichtiger ist die Art, wie wir auftreten und mit welchem Geist wir spielen. Ein solches Team will ich jeden Sonntag sehen. Einer, auf den sich Pellegrini immer verlassen kann, ist Sergio Aguero. Der Argentinier führt die Torschützenliste der Premier League mit zehn Treffern an. Erst am vergangenen Wochenende traf er gegen die Spurs doppelt. Sein Coach bezeichnete ihn kürzlich als den drittbesten Spieler der Welt. Ich habe gesagt, dass er nach Messi und Cristiano Ronaldo der beste Spieler der Welt ist und die anderen beiden spielen ja nicht in der Premier League. Also ist er der beste Stürmer der Premier League? Natürlich. Eine solche Aussage wird Aguero noch weiter beflügeln. Es bleibt abzuwarten, wie oft der argentinische Stürmer am Sonntag gegen Swansea einnetzt.